Ein Asana, das dynamisch ist. Moritz zeigt, wie es geht. Ausgangsposition ist die stehende Vorwärtsbeuge. Das heißt, im Stehen beugst du dich nach vorne. Das ist dann Padahastasana. Hier fährst du jetzt mit den Fingern um den großen Zeh, also erster, zweiter Finger und den Daumen und dann gehst du vor und zurück. Das nennt sich dann Jadjasana. Nach Rudrayamala wird gesagt, dass dieses Asana die Kaste vergessen lässt, der man angehört. Man könnte auch sagen, man geht langsam aus seinem bisherigen Familienkontext heraus, aus seiner sozialen Schicht heraus und weiß, ich bin das Unstabliche selbst, der Atman. Dieses Asana hilft natürlich der Flexibilität, auch der Körperbeherrschung. Es ist ein gutes Asana für Gleichgewicht und auch die Welt aus anderen Augen zu sehen. Normalerweise bist du aufrecht und stehst jetzt, bist du nach unten gebeugt und du gehst weiter. Und Jati ist die Geburtsgruppe, die Kaste, die Sippe, die kleine soziale Kontext, in der du drin bist. Und im Yoga wollen wir natürlich lernen, über kleine Identifikationen, Gruppenidentifikationen hinauszuwachsen und vielleicht hilft dieses Jadjasana dazu. Mehr Informationen über dieses und tausende von anderen Asanas im Wiki auf wiki.yoga-vidya.de